Da oben ist noch einer drin. Aber an den komme ich nicht ran. Naja, egal. Wir werden hier noch unsere Search Bricks machen. Ich werde mich informieren, wie das doofe Lava Wood geht, weil das nervt mich. Das wir den Coke Open machen können, damit wir mal ein bisschen vorwärts gehen können. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge Minecraft Age of Engineering. Ihr seht schon, hier hat sich schon ein bisschen was verändert. Ich habe hier angefangen den Spawn zu bauen. Und außerdem steht da hinten auch noch was. Also da hat sich auch noch was getan. Ich habe einfach mal hier den Spawn gerade gemacht. Und ja, das wir einfach mal so eine Plattform kriegen, wo unsere zukünftigen Mitspieler alle spawnen können. Und außerdem gibt es hier endlich eine Treppe. Das geht dann ein bisschen schneller nach oben. Also, ich habe gerade noch ein bisschen Erde geholt, weil ich habe es nicht hingebracht, das hier fertig zu bauen. Ja, das Werkzeug haben wir ja in der letzten Folge erfolgreich hingekriegt. Ich habe das Werkzeug in der Zwischenzeit noch ein bisschen gemoddet. Das heißt, wir gucken gerade mal rein. Unsere Spitzbacke hat noch ein Diamond gekriegt. Das heißt, längere Haltbarkeit. Jetzt fast 1000. Außerdem, Haste heißt Redstone. Und Denz hat es ja, glaube ich, vorher sowieso schon gehabt. Also Haste, äh, Redstone drauf, damit es schneller ist. Bei unserer Spitzbacke haben wir eigentlich genau dasselbe gemacht. Da haben wir auch einen Diamanten draufgehauen. Weil sonst sind wir ja immer gleich kaputt. Das soll es für den Moment hier, glaube ich, gewesen sein, mit Bauen. Nein, ich glaube, ich reiße die Schülle nochmal ab. Ich weiß gar nicht, weshalb ich die überhaupt gebaut habe. Brauchen wir doch gar nicht. So, weil ich ja die Erde... Ja, doch. Egal, aber innen drin, in unserem Haus, ist es sowieso was. Wie hoch wir da sind. Ich glaube, das Ender-Lilis-Sie, das will gar nicht wachsen, weil... Ähm... Der ist zu hell oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ob so ist, weiß ich nicht. So. Und das hätten wir auch... Oh, hier haben wir noch einen Haufen Alabaster. Ach, da gibt's ja noch. Ich brauche noch Alabaster. Ich bin nämlich noch nicht fertig mit der Wand da drüben. Ich muss ja noch ein bisschen bauen. Das Alabaster, ja. So, jizzeln. So, ich wollte einfach hier so einen schönen Kontrast haben. Deshalb haben wir hier... Ähm... Habe ich hier Ball-Basalt... ...und Alabaster im Verbund genommen. Und ich werde es jetzt einfach mal da nicht runterspringen. Ähm, so machen, dass ich mit der Höhe der Grasfläche an der Seite abschließe. Weil ich muss irgendwie ein schönes System reinkriegen. Und dann ist das halt mal jetzt so. Oh, nein. Muss ich da nochmal von oben ran. Ja, auch. Okay. Dann lohnt sich's wenigstens. Ach, gut zerschrocken. Ähm, ja. 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 Der ist ein bisschen schwierig hier jetzt das richtige Maß zu finden. Dass es wirklich gut aussieht. Aber was soll ich machen? Es ist halt so, wir bauen ja in die Landschaft rein. Und dann... ...wird es hier oben irgendwie ein Haus geben. Wir machen jetzt noch ein bisschen... ...und dann passt doch bestimmt alles da rein. Ähm... Ich wollte eigentlich so ein cooles Haus bauen. Mit Stein und Holz. Aber ich weiß nicht, ob das so reinpasst vom... Ähm... Warte mal. Spitzsacke. Spitzsacke. Äh, nein. Axt. Kopf. Ähm... Ich wollte eigentlich so ein cooles Haus mit Stein und Holz bauen. Schauen wir mal da raus rein. guck mal da haben wir sogar noch alles da 500 also ich wollte schon ausbauen was so ein bisschen ich hatte da schon coolen coolen gedenten da brauchen wir auf jeden fall okwood und ja ich würde mal gucken ob ich das so baue also aus meiner sicht und dann sollte man auch mal ein bisschen auf reißen gehen das sollte man die umgebung ein bisschen erkunden kann man jetzt auf jeden fall mal gemacht hier ähm da hinten wüste da wüste da sieht es auch aus wie wüste also irgendwie haben wir hier nur wüste und viele schafe so ich habe jetzt mal ein paar eckpfeile hin für ein haus und zwar ich möchte in platz haben dass man da drum herum laufen kann zwei platz dann zwei platz dann kommt eine wand und dann kommt noch eine wand ja ich möchte es nämlich so haben dass wir eine doppelte wand haben sozusagen das ist ja umgeregt aber dann machen wir hier einfach kurz mal so also wir setzen gerade mal die grundpfeile für unser haus ich glaube so passt es ich glaube so passt es also ich glaube so ich glaube so ich glaube so ist mir das noch ein bisschen Tja, ähm, wenn wir das so bauen, ähm, dann muss ich eigentlich darauf achten, dass ich da nicht zu nah rankomme. Aber ich kann auch hier verschiedene Garten anlegen, also von dem her ist es gar nicht so schlecht. So, dann geht es hier aber rein, muss ich nur kurz mal zählen. So, ah, hier sind eins, zwei, zwei Blöcke entfernt, ist ja gar nicht mehr so weit. Ähm, nach innen. Gut, da das nun eigentlich ein Flachdachhaus wird oder so, ähm. Warte, mach ich da, ich weiß gar nicht, hier übers Dach hab ich mir gar nicht so Gedanken gemacht. Aber eigentlich sollte ich schon so symmetrisch bauen. Hier fängt nämlich schon wieder mein Gehirn an und sagt, ähm, nö, nicht symmetrisch. Dann doch, doch, wir wollen symmetrisch bauen. Zumindest ein bisschen, ähm, ist er nicht voll. Das ist außen. Ja. So, und das war eigentlich schon die Aufteilung. Ich hab grad das Gras hier noch weg, das nervt nämlich auch. Wenn wir jetzt fliegen könnten, würden wir sehen, wie groß das wird. Aber fliegen können wir nicht. Aber wir können, glaub ich, ins nächste Age gehen. Fällt mir grad so ein. Ähm, dieses Buch. Wo ist denn die Maus? Industrial Age. Ich muss nämlich dieses Nachmodell machen. Achso, ne, wir brauchen noch den Blast Firmes. Äh, stimmt. Dafür brauchen wir bitte einen Haufen Crowd. Äh, ne, nicht Blast Firmes. Coke. Coke Open. Coke Brick. Coke. Coke. Coke Brick. Brauchen wir. Ah, das Lama Wut, genau. Das war ja der schlechte Sache. Die schlechte Sache. Und auf irgendeinem Fall wieder Crowd. Das könnten wir, glaub ich, hinkriegen. Ein Stack davon. Was bräuchte denn noch dafür? Was bräuchte denn für, für Crowd? Und? Der Sand. Ja, natürlich. Sand. Aber Sand haben wir auch noch unten. Und Clay. Gut, dann holen wir den Clay noch. Beziehungsweise wir können das auch unten machen. Dann könnte ich mal die Bäume nebenbei noch fällen. Und hier den Boden. Wir müssen noch Straßen bauen. Ähm. Wir müssen noch so viel machen. Das ist gar kein Ofen. So und so. Ja. Keine Kohle. Keine Kohle. Alles das was wir brauchen ist nicht da. Noch einmal Sand. Hier haben Kohle. Wir haben sogar Timmy Kohle. Äh. Reiner mit. Ah. Schon voll. Gut, dann fangen wir hier mal an Holz zu kloppen. Genau das war eigentlich der Grund, weshalb ich hier unten so viel Holz angebaut habe. Wenn wir gar nicht. Und jetzt kriegen wir das ganz schöne Holz. Das ist hier, liegt ja schon ein paar Folgen rum. Und wir können uns dann ein schönes Häuschen bauen. Und ein Cock Oven und ein was auch immer wir brauchen. Damit wir in die nächste, ins nächste Edge kommen. So. Ich würde jetzt mal auf der Höhe ablanden. Ich weiß gar nicht wie viel Holz wir da angebaut haben. Aber es wird glaube ich schon wieder Nacht. Das ist viel zu schnell hier. Du bist kaum unterwegs, dann wird es Nacht. Was habe ich denn heute gemacht wieder in der Folge? Ich weiß gar nicht, gar nicht, was ich überhaupt hier mache. Also so effektiv. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich effektiv halt einfach wirklich nichts mache. Ich muss zum Bett. Und zwar schnell. Ah ja. Gut. Also ich werde bis zum nächsten Folge hier dieses Baumhaus noch beseitigen. Das sieht ja schon gut aus. Ich habe ja schon einiges hier gefällt. Da oben ist noch einer drin. Aber den komme ich nicht ran. Naja egal. Ähm. Wir werden hier noch unsere Search Bricks machen. Ich werde mich informieren, wie das doofen Lava Wood geht, weil das nervt mich. Ähm. Dass wir den Coke Open machen können, damit wir mal ein bisschen vorwärts gehen können. Und dann sehen wir uns da wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder einen Kommentar da. Dann ja auch ein Abo. Ähm. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.